Nasenkorrektor ohne OP bei einer Nachuntersuchung. Diejenigen, die uns täglich verfolgen, werden wahrscheinlich diese Nase wiedererkennen. Die hatten wir ungefähr vor zehn Tagen einmal gezeigt gehabt. Hier bei der Nachkontrolle wird die Nasenspitze nochmal angehoben. Es ist eine voroperierte Nase, wo wir die gesamte Nase in der Projektion ungefähr so einen halben Zentimeter bis einen Zentimeter nochmal höher getragen haben, damit sie überhaupt einen Nasenrücken hat. Hier wird das nochmal so zusammen festgestellt oder zusammengedrückt, da wo die Hyaluronsäure ist, damit es auch schön spitz ist. Ich denke, jetzt sieht man, wie fein das Ganze bearbeitet worden ist. Die Patientin war bereits jetzt glücklich, aber ich denke, so in dieser Form kann ich auch glücklich sein und die Patienten auch jetzt zur Freigabe entlassen.